Oh, der erste Sprung ist ja schon echt asozial, ne? Vor allem wenn hier immer alle stehen und du in ein Gesicht reinguckst. Jetzt geh weg! Ja, ich bin doch grad nach hinten gespringen, Junge. Ah, verdammt. Ah, jetzt bin ich nicht gesprungen, blöd Scheiße. Next please. Ist wie bei der Rutsche. Jetzt hat er es geschafft, wegen dir. Nein, wegen dir, du. Jetzt geh doch! Hey, Mann. Ist cool. Ich lande. Und dann bin ich erst tot. Ach. End, der zieht uns ab. Ah, der macht's schon die ganze Zeit so. Und dann lacht der auf. Ja genau, und das ist das Schlimmste. Ihr checkt und macht nichts dagegen. Weißt du? Ihr checkt und macht nichts dagegen. Ihr seid bobs, das denkt der sich. Guck, jetzt ist das geslache. Die sacke dauert das aus. Was ist denn das für ein Sprung, verdammt? Nein, ich bin drüber gesprungen, Scheiße. Der ist voll machbar, Alter. Der ist voll easy grün machbar. Ja, wenn der Kevin da drüben ist, ist das auf jeden Fall machbar. Nein, warum bin ich denn alles drüber? Das zweite war jetzt hintereinander. Das ist voll easy. Nein. Aha, das verdient. Ja, das hätten wir uns nicht leisten dürfen. Das ist ja schon wieder vor uns da oben. Jetzt geh doch mal da rüber. Was ist denn das jetzt? Jetzt gibt's Joke Baller. Wer stirbt als Erste? Nein, 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 ich will da nicht raus. Ich will da auch nicht raus. Geh weg. Heute nicht alle gegen mich? Ne, ne, ich mach überall hin. Ja, einfach mal, einfach mit der Hochfeuer. Endauerring. Warum stirbt hier eigentlich keiner? Weil wir ja viel zu schnell sind. Scheiße. Kevin, der haut ab. Was? Ich bin doch nach. Du wolltest abfauen, klar, du wolltest abfauen, ich hab's genau gesehen. Wollte ich gar nicht, erzähl doch keinen Scheiß. Doch, wolltest du. Kevin, nach. Nein. Cacke. Weißt du, der wird geschlagen und schafft es trotzdem noch darüber. Vielleicht würde, vielleicht deshalb. Ja. Nein, nein. Was? Was ist das? Junge. Ey, Junge, ich wollte ihn unterschlagen. Ja, er ist da unten. So ein Lapp. Kind, ey. Was ist denn mit dem Scheiß? Man hat das so verhindert im Kopf. Alter Verwalter. Nein. Guck mal, wie ich dir geholfen habe. Wie ich dir geholfen habe. Ja. Nein. Oh, der ist einfach was zu würdigen. Nö. Ach, weißt du. Nein. Ach, zu weit gelaufen. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich rüber komme. Huch. Aber jetzt bleib ich immer an der Kante hängen, Kevin. Wegen mir. Ja, ich hab den Dreckig sich schon hingesehen. Dieses, dieses dummes. Ah, jetzt schaffst du Permo, weißt du. Ah, kommt schon. Der Sprung ist voll einfach. Ja? Ja, natürlich ist der voll einfach. Wenn da nicht irgendwelche Bibus dahinterstehen gehören, dass da einfach hinten hauen die ganze Zeit. Oder. Der eine Bibo will den anderen Bibo runterhauen, dann kommt der dritte Bibo. Hö, hö, hö. Schau mal den zweiten Bibo, der aber den ersten runterhauen will. So viele Bibus hier. Ich wollt grad sagen. So viele Bibus. Ach, komm schon. Doppel, also kein Sprint-Jump. Hermo, du musst nicht da oben warten. Nee, ich hab geguckt, wie's überhaupt lang geht. Ich war grad ein bisschen voll irritiert. Ich war grad ein bisschen voll irritiert. Ja. Aber nice. Oh, hier steht ja alle beide? Nee. Hey, ich versuch heute mal meinen Rekord zu knacken, dass man die ganze Zeit meinen Namen im Chat sieht. Nein, 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 nein. Boah, du Schweine. Das war der Jensen unten. Nein, nein, nein. Was denn? Geh weiter. Geh, der dreckige, Alter. Kommt hoch, Jungs, kommt hoch. Kommt, geh einfach nur weiter, okay. Kommt her. Nein, nein, nein. Du musst schon nach vorne gucken. Verdient hast du es, verdient. Was? Ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Mann, ich bin doch hier grad der Lied. Du warst es ganz genau. Du warst es. Ey, ich bin eigentlich die ganze Zeit der Liebste. Ich hab noch keinen einzigen Sprung versaut. Ja, ja, was war denn das oben gerade? Oh, das war der Permo gewesen. Nein, wollte ich nicht. Ich hab dich das gemacht haben. Willst du mich verarschen oder was? War das nicht? Kacke, Mann. Ey. Oh, Alter. Jetzt mach deinen Sprung und geht schon. Los. Jawoll. Gott sei Dank. Ich weiß, dass dieser Stressfaktor, dass man weiß, dass Permo da oben einfach nur wartet. Und ganz dreckig und homo, ja? Alter, weißt du? Boah, ey, das machst du nicht, das machst du nicht, das machst du nicht. Was war das? Wie kommt ihr jetzt weiter? Ups. Du hast dich jetzt ehrlich den Stein weggebaut, oder? Oh mein Gott. Alter. Oh, Mann. Also, ich schaff die Challenge vielleicht. Ja. Also, es ist Verbot Steine zu setzen, ja? Und wenn wir die kaputt machen, dann ist auch Verboten, welche kaputt zu machen. Das heißt, es gibt keine mehr. Das war's jetzt. Danke, Kevin. Klar, da stand, es ist Verboten Steine kaputt zu machen. Und welche zu setzen. Na. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Geh, flieg mal rüber und schau mal nach. Boah, weiß wie weit das ist? Ja, aber... Bist du schon fertig mit der Challenge? Ja. Ich bin grad rüber im Zwischenraum, dass ich euch den Block geben kann. Mach hier unten auch mal ein paar hin. Ne, ne. So. Ich hab nochmal einen anderen Glocking gemacht. Ah, Mann, ey. Ha? Community schwer? Nein. Na gut, hier gibt's eigentlich... Hier gibt's eigentlich keinen Hard-Fail. Kevin natürlich. Natürlich. Na hat der Vivo ist der hier einfach die ganze Zeit voll rumlügt. Und du auch. Wir sind echt feine rumlügner. Wieso fällst du nicht runter? Jetzt, warum haust du mich jetzt? Du hast die Community-Klatsche bekommen. Warum hau... Ja, aber du bist ja schon fertig. Erst, ich hab keinen Fail gemacht und nix und du haust mich runter. Doch, du hast einen Fail gemacht. Gegen die Spielregeln. Regie. Regie. Das ist nice. Regie. Hallo, bitte diesen... 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 Security. Arzt. Arzt. Ah, Mann. Ah, jetzt endlich kann ich das mal in Ruhe... Nein! Kamu, lass das Community-Schwert stecken. Das war... Nö, nö. Ich hab mein Community-Schwert schon genutzt. Ja. Darf man das nur einmal verwenden? Das hat man noch nicht geregelt. Okay. Ist doch bei einem Hard-Fail darf man das verwenden. Okay, pro Stage... Ja, man geht irgendwie davon aus, dass... Nur einmal... Einer fehlt. Ja, okay. Also, also... Ähm... Pro Stage darf das der Erste nur einmal verwenden. Egal wie viele Leute da mitspielen. Das ist trollstück. Ahhhh... Alter, Vater, ey. Ich hab so keinen Bock mehr. Ich werd euch was Hartes erzählen. Das seid ihr nicht glauben. Bitte. Rhabarber gilt in Europa als Gemüse, in den USA. Allerdings als Obst. Nö. Doch. Krass. Nö. Doch. Hammer, Hammer. Rhabarber wächst also in den USA auf Bäumen. Was? Willst du mich erarschen? Oder nicht? Gilt für dich alles nur, was Obst ist, was an Bäumen wächst? Nö, nicht alles. Aber das ist doch mal eine große, eine grobe Zusammenfassung. Jaaa... Ja, aber das ist ganz grob. Also zum Beispiel Ananas ist auch Obst, ja? Und Ananas wächst nicht an Bäumen. Jetzt kommt die Frage... Hm? Ananas? Wo wächst das sonst? Weil es wissen voll viele Leute, die nicht wissen, wo die Ananas wächst. An einem Strauch. Ja. Ja, genau so wie Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Ja, genau. Das sind alle Sträucher. Ähm... Was... Der Sprung? Da war dann noch ein Block dazwischen, oder? Nein, nein. Boah... Ist der easy? Ja. Yes! Der sieht, glaube ich, von der Aufmachung her genauso aus wie der von vorhin da. Aber irgendwie war der leichter. Nein, nein, nein. Das ist keine Hubslab. Das ist das Ding, weißt du? Ah, das kann sein, ja, ja, ja. Ja. Und ich glaube, der Hubslab, der war doch... Nee, oder? Ach du je, weißt du? Oh, nee. Ich da die Kletterwand grad sehe. Oh. Oh. Das wird hart. Ja. Ich weiß nicht, wie gut Kevin mit Dings mit... Ja, komm, spring mal weiter jetzt hier. Ne, Kevin, du? Ich weiß nicht, wie gut Kevin mit Gleitner schon klarkommt. Wir hatten jetzt schon mal die Chance, ein bisschen Minecrafts Edge zu trainieren. Und sind da ja schon hart gefailt und gescheitert an manchen Stellen, die einfach voll easy waren. Ja. Dings. 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 Freue mich so auf Mörs Edge 2. Alter, ich auch. Ich werde so krass zocken. Und ich werde mir so krass dein Let's Play erst mal angucken. Ich weiß nicht, was ich erst mal an soll. Soll ich erst selber durchzocken, dann an dein Let's Play gucken und mich darüber lustig machen, wie schlecht du bist? Ja. Okay, gut. Das kannst du am besten, das machst du immer ganz gern. Was heißt du? Ich hab das noch nicht ein. Ey, was hat denn los, ey? Das ist von gestern. Alles Aufgestautes von gestern. Gestern war doch alles tutti. Was war denn gestern? Oder nichts. Gestern war doch gut, oder nichts? Ja, da hast du nur auf mich rumgemeckert. Das war ganz traurig, ich hab mich abends in mein Bitch hingelegt und hab geweint. Als ich rumgemeckert hab, hast du geweint. Ja. Ja. Du hast natürlich nicht auf Borderlands, sondern auf mich rumgemeckert. Ach, auf dich hab ich rumgemeckert? Ja. Ja. Ganz genau, ganz genau. Okay, was ist denn los? Weiß ich nicht. Zu wenig Red Bull getrunken. Ja. 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 Das will ich nicht. Ja, das mag ich nicht. Ja. Ja. Ja, das mag ich nicht. Okay. Okay. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob du das checkst. Aber du warst ganz schön skeptisch gewesen, muss man sagen. Aber auch schon, wo er drauf gesprungen ist, hat er schon gelegt. Ja. 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 Ja, das war alles noch nochmal. Ich hab auch gerade meine letzte Apfelsaftschaule getrunken. So geil! Ich hab jetzt ne neue von Gerolte Steiner, die ist ja mal übergeil. Ich bin normalerweise trinkt sie von Aldi. Diese, was ist denn das? Diese Hardcore-Aldi-Marke. Sehr cool. Gibt natürlich auch andere. Weiß gar nicht, was das jetzt für ne Marke ist. Scheißegal. Die ist ja echt awesome, diese Gerolte Steiner. Die schmeckt richtig erfrischend. Gibt's ja jetzt schnell, sei da. So ein neues Zähnegetränk oder wie? Oder ist das einfach nur Apfelsaftscholle? Es ist einfach nur Apfelsaftscholle. Es ist nicht irgendwie isotonisch oder lila oder keine Ahnung. Es ist einfach nur Apfelsaftscholle. Einfach Apfelsaftscholle, die gut schmeckt. Wie langweil? Viel zu Mainstream. Nein, das ist eigentlich voll Hipster. Ich wollt grad sagen, das ist eigentlich voll Hipster, ja. Weil das ist einfach minimalistisch. Ne, Bektorenwilz, wo noch Früchten nach Früchten geschmeckt haben und Saft nach Saft. Oh je. Da komm jetzt, Kelly. Da komm jetzt. Ist das den ersten Sprung? Was ist mit dem jetzt? Ungelogen, der ist genauso wie er vorher war. Ja, ich weiß. Du springst zu früh ab. Ne, du duckst dich. Ne, der duckt sich doch nicht. Da könnte er nicht so schnell laufen. Doch, er duckt sich zu früh. Achso. Achso, ja, das ist natürlich dann... Jaja, du darfst dich nicht zu früh ducken. Erst wenn du über dem Stein bist, sozusagen. Oder überhaupt nicht springen halt. Ja, der war auch gut aus. Der Spitzname Mama, für Mutter, kommt aus dem Lateinischen und ist die Bezeichnung für die weibliche Brust. Oh yeah. Also wenn ihr eure Mütter mit Mama anredet, ja, dann meint eigentlich jemand mit den Titten. Du bist so ein Trottel, Alter. Du bist so ein Trottel, Alter. Ja, was denn? Kann ich auch nix für, wenn das so ist. Hallo? Das ist Lateinisch. Latein lügt mich. Also warum Latein eine tote Sprache ist, gell? Achso. So wie du. Nice. Schöner Übergang. Meinst du die ganzen Lateiner? Schöner Abgang, ja. Ahem, der kam jetzt ein bisschen spät, sorry. Was? Hab nix gesagt. Aalante. Schöner Abgang, ja.